Was soll'n' das? Weg damit! Scheiß Grenadiere, ey. So, schieß drauf. Weg damit. Sehr gut. Jetzt auf den Sammler. Jetzt auf den Sammler, damit der auch mal einen verliert, ey. Das muss sein. Ah! Ja gut. Ich hab keine... Wo bleibt der Sammler? Verdammt noch mal. So, was hab' ich hier noch gebaut? Ah, eine Flak. Ja, eine Flak, das ist gut. Die packe ich auch mal hier hin, direkt. So. Hahaha. Sehr gut. Okay. Gut. Hab' ich nur einen? Hab' ich hier nur eins, zwei? Was macht ihr denn? Okay. Ich hab' zwei Sammler im Dienst. Okay. Okay. Das sollte doch eigentlich ausreichen, oder nicht? Haha. Ich hab' die Raffinerie weggemacht, deswegen kriegt er jetzt hier erstmal keine Kohle mehr. Der Sammler ist jetzt weg. Sehr gut. Und jetzt wieder hier drauf. Der dritte Sammler ist fertig. Jetzt geht's bergauf, Freunde. Jetzt geht's bergauf. Alter Schwede. So, Geschützturm. Wieviel kostet das? 600. Shit. Ja, ist egal. Nein! Ich brauch' die Kohle wieder zum Reparieren hier. So. Boah. Das ist nur eine, das ist das Problem. Nur eine Flak. Ja, schafft der nicht. Schafft der nicht. Sehr gut. So, Flak. Weil die ganze Zeit mir jetzt neue Sammler zu bauen da, das kann ich mir nicht leisten, ey. Das kann ich mir echt nicht leisten. Da oben ist nämlich wieder... Da ist ja schon wieder so ein Trupp da oben, ey. So, Hubschrauber, kommt. Sammler, weg hier. Hubschrauber, auf den Panzer. Los. So, weg damit. Mach den kaputt, ey. Wirklich, mach den im Arsch. So. Diesmal nicht meine Sammler wegmachen, Junge. Diesmal kriegst du meine Sammler nicht. So, dann kann ich jetzt endlich mal wieder ein paar Kampfpanzer bauen. Perfekt. Sehr gut. Boah. Alter Schwede. Schon nicht schlecht, ja. Überfahrt ihr einfach. So, überfahren. So, überfahren, los. Nein, du sollst sie überfahren. Was machst du? Alter. Jetzt lassen die sich echt nicht überfahren, oder was? Jetzt. Alter, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Jetzt macht er echt hier noch Stress mit seinen Mäniken. So. Und hier drauf. Sehr gut. Und hier drauf einfach. Sehr gut, okay. Gut. Kann ich endlich mal meine Angriffsarmee weiter vorbereiten. So, der kann mal hier hinschießen, bitte. Hier hin. Ah, oder nee? Auf den Sammler. Auf den Sammler, der da vor dir herläuft. So, genau. So, genau. Und dann stell dich einfach mal hier hin. Was, was, was versuchst du denn da? Hä? Ja, komm. Ja, komm. Ist okay. Ich hab kein Geld mehr zum Reparieren. Oh Mann, das ist so. Und das reicht natürlich jetzt nicht um den... Alter. Ernsthaft. Achthubschrauber oder sieben Hubschrauber schaffen es nicht, einen Soldaten zu töten. Das ist ja unfassbar. So. So, weg damit. Okay. Ja, sehr schön. Da kann der Vorposten ja nicht mal weg. Weg damit. Weg mit dem Kraftwerk. Immer weiter Panzer. Wow. Guter Schuss. Immer weiter Panzerbauern, Freunde. Ich glaub, wir gewinnen langsam die Oberhand. Ich merk das ein bisschen. Ah, oder auch nicht. Das hätte ich nicht sagen sollen, ich Idiot. So. Mach den Panzer weg. Los. Ich hab nicht sagen... Das hätte ich nicht sagen sollen, ey. Shit. So. Ja, doch, geht. Da oben will er auch wieder alles machen. So, okay. Zum Glück hab ich den Schlachtkreuzer hier, ey. So, bevor der anfängt zu stressen. So. Weg damit. Der will nämlich echt wieder meine Sammler hier pläten. So. Ein paar Panzer hab ich jetzt wieder. Sehr gut. Geschützturm. Boah, langsam werden meine Finger taub, ey. Das ist so krass. Okay. Gut. Einfach die Sammler beschützen. Das ist hier, glaub ich, das A und O. Die Sammler schützen. So. Dann haben wir hier nochmal. Und noch einen Bunker. Und die können jetzt nochmal hier oben hin. So. Der will den hier. So. Zurück. Weg mit dem Scheißpanzer, ey. Mach den weg. So, sehr gut. Ja, ich muss ein bisschen taktieren hier. So, Artillerie. Was zur Helle. Pfft. So. Sehr gut. Sehr gut, ey. Sehr gut. Alles klar. Gut. Dann können wir da nochmal sammeln. Die Hubschrauber können wir den Sammler hier platt machen. Damit der endlich auch mal einen verliert. Ja, ich hab jetzt mehrere Flachs stehen. Penner. So, weg damit. Ja. Damit der auch mal einen Sammler verliert hier. Weitere Artillerie. Ja, das ist wirklich eine würdige Endschlacht, muss man sagen. Eine würdige Endschlacht. Hui. Also, nicht schlecht. Der kann mal weiter hier unten rumfeuern. Okay, gut. Dann kann ich jetzt mal wieder ein bisschen mich entspannen. Meine Armee wird Schritt für Schritt größer. Ja, natürlich. Natürlich, Kollege. Natürlich. Tja, dann muss ich einen neuen Helipod bauen. Alles klar. Ah nein, das war jetzt echt sinnlos. Ah, ich hab den Raketenwerfer noch mitgenommen. Geil. Okay. Okay. So, gut. Alles klar. Penner. Wirklich richtige Penner. Ne, die Tesla. Schieß mal hier unten rein. Das wird geil. Schieß mal hier unten rein einfach. 15 Einheiten mit einem Schuss. Das ist schon nicht schlecht, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann immer da hin. Nein, auch nicht. Okay, dann hier hin. So. Ja, nein. Dann schieß hier unten drauf. So. Alter. Was soll das? Bau noch eine Flak. Die Kackmix da, ey, wirklich. Ah, das ist die Kirchenmucke. Geil. Okay. Dann hab ich mir ein paar Einheiten. So, hier. Zack. So. Ah. Diese Mix, ey. Verdammt nochmal. Jetzt hab ich einen Sammler wieder verloren. Alter. Ich muss erstmal gerade überhaupt mal gucken, ne. Wo sind... Alles klar. Boah, ich dachte schon, der hat mir alle meine Sammler platt gemacht. Das wär mies gewesen. Das wär richtig mies gewesen. Der lebt immer noch. Ja, weil der nicht trifft wieder. Oh, Mann. So. Dann hier. Komm. Äh. Mann. Ja. So. Oh, es kommt wieder. Oh, 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 oh. Kommt wieder der Kirchenchor hier. Oh, 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 oh. Ach, geil. Ach, geil. Oh, das ist aber nicht geil da oben, was da oben wieder ist. Oh, alter Schwede. Ah, ah, das schaffen die. Ja, geil, okay. Da muss ich ausnahmsweise mal kein Gebäude nachbauen. Das ist schon mal gut, ey. So. Okay, Artillerie. Ja, Artillerien hab ich erstmal genug. Kampfpanzer. So, Kampfpanzer. So, Sammler, genau. Gute Idee. Hubschrauber auch. Die Hubschrauber gehen jetzt auch mal auf den Sammler. Alter. Hat er mir wieder einen weggeknallt, ja? Jetzt verlierst du auch mal einen, du Penner. Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Äh. Penner, ey. So. Ah, nee, ich hab noch alle. Oder? Eins, zwei, drei. Ja, gut. Wo schießt er? Ah, nee, hier, okay. Das kostet den doch unendlich viel Geld. Jetzt mal ehrlich. Okay. Weg mit den Typen da. So, gut. Einen Turm nachbauen. Das ist nicht schlimm. Einen Turm kriegen wir hin. Ich glaube, diese Mission ist so, äh, so mäßig. So von wegen, wer länger aushält, der gewinnt den Krieg. So ungefähr. Ja, gut. Okay, dann. Da auf die Tesla-Spule. Gut, alles klar. Dann kann ich mal wieder Panzer bauen. Und endlich mal noch ein Flak. So. So. Einer ist weg. Zwei sind weg. Nur einer kann ein bisschen schießen. Das ist schon mal gut. So, aber da muss noch eine Flak her. Reicht das? Das reicht. Sehr gut. Einfach hier hin. Äh. Dann da hin. Kannst du da drauf schießen? Geil, kann er. Okay. Korrekt. Gut. Dann probiere ich das nochmal mit der Chronosphäre aus. Ah, Moment. Hier unten? Ne. Am besten mal. Ja. Hier so, ne? Ja. Energie weg. Komm. Energie weg. Geil. Ja, es kommt natürlich ein Hufschrauber, ist klar. Aber ich kann ihn ein bisschen anschwächen. Der hat kein Geld mehr. Das ist schon mal gut. Geil. Guck mal. Was die Chronosphäre alles machen kann. Ja. Aber bei der Chronosphäre müssen wir ein bisschen aufpassen. Weil die dürfen wir nicht öfter als fünf oder sechs Mal benutzen. Weil dann sonst kommt ein Gewittersturm auf. Und zerstört wild wichsend einfach alles, was hier... Was? 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 Hä? Seit wann gehen die denn jetzt auf die... Alter Schwede! Oh! Nein! Die ist doch teuer, Mensch! Oh, die war doch teuer! Aber... Oh! Penner, ey! Richtiger Penner ist das. Egal. Dafür baue ich jetzt hier weiter eine Armee auf. Komm. Mit der gehe ich dann einfach drüber und scheiß auf alles, ey. Ja, das ist einfach notwendig, nötig hier, ey. Mann, 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 Mann. So. Mach das weg. Moment mal, der hat, glaube ich... Wegmachen. Oder? Nein, 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 nein. Nicht wegmachen. Der hat noch einen Bauhof. Der hat eine Atomrakete, sehe ich gerade. Wenn der die einmal abwirft, ist es vorbei. Ach, scheiße. Das habe ich voll vergessen, ey. Komm schon. Trifft der? Der trifft natürlich nicht, ne. Hier hin? Auch nicht. Okay, dann halt hier hin. Alter, ne. Na gut, dann... Keine Ahnung. Schieß irgendwo drauf. Das gibt es nicht. Das gibt's nicht. Dann repariert euch halt mal. So, weiter Kampfpanzer. Bunker. Hier hin. Jawohl, wir fehlen. So. Alles klar. So, jetzt wird es nämlich auch mit dem Geld lang. Alter! Sammelt Edelsteine. Sammelt dem die Edelsteine vor der Nase weg. So. Und ihr könnt dann hier hinkommen. So. Sehr gut. Ein paar Edelsteine noch abgesahnt hier. Pfff. So. Gut. Dann. So. Weg damit. Weg mit dem Sammler. Sehr gut. Und die Tesla-Spule hier oben wegmachen. Komm. Weiter geht's. Weiter geht's. So. Sehr gut. Den Panzer hier oben wegmachen. So. Ah, es war nunmehr nicht. Okay. Alter. So. Das passt. Das passt. Jetzt geht's los. Jetzt kann ich ein bisschen in Ruhe meine Armee aufbauen hier. Guck mal, was hier alles schon zusammen ist. Boah. Anstrengend. Anstrengend. Aber. Aber, aber. Ja. Das eine Mäniken hier. Der trifft noch nicht mal das Mäniken. Scheiße, ey. Ja, sehr gut. Hier drauf kannst du mal schießen. Ja, der Schlagkreuzer, der bringt jetzt mittlerweile nichts mehr. Ich weiß nicht, soll ich die Dings nachbauen? Die, den, die Chronosphäre. Kommt er schon wieder. Danke. Ah, sehr gut. Gut, Kampfpanzer. So. Ich speichere das nochmal ab, vorsichtshalber. Guck nochmal gerade. Alter, eine Stunde 16. Wow. Nicht schlecht. Okay. Dann. Bevor du da weiter schießt. Kein Geld mehr. Okay. Aber das ist erstmal egal. Ich glaube hier mit. Ah, ich baue noch ein paar Kampfpanzer. Aber gleich damit, äh, werde ich mal probieren, hier unten die Blase es platt zu machen. Den Stößpunkt hier. Der hat ja nichts mehr. Wie ihr seht. So, die Hufschrauber, die können mich jetzt mal am Arsch lecken. Alter, der kann trotzdem schießen irgendwie, ne? Aber nicht mehr so krass. Nicht mehr so krass. Ich habe abgesichert. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Dann brauche ich jetzt noch drei Kampfpanzer. Und dann liebe ich mir mal den Trupp hier und mach mal da unten ein bisschen Stress. So. Ja, die Chronosphäre war ein Flop diesmal. Schade, schade. Äh, ich hätte die denn gern benutzt. Doch, ja. Weil ein Teleporter in so Strategie spielen ist immer gut, ey. Dann mach mal den Hund kaputt. Tss. Der macht mich ein bisschen nervös. Und ihr auch da auf den Sammler, bitte. Die Hellis. So. So. Yes. Sehr schön. Und? Jetzt macht ihr, jetzt gibt ihr dem den Gnadenstoß. Komm. Sehr geil. Okay, dann den Mammutpanzer, bitte. Luftangriffe kann ich nämlich auch, mein Freund. Kann ich auch. So. Und zwar noch nerviger als du. Auch wenn er sich wieder heilt gleich, aber ist egal. Bisschen angeschwächt. Schon mal gut. So. Nein, lass es reparieren. Und dann werde ich mich jetzt mal hier unten auf den Weg machen. Alter Schwede. Das ist schon nicht schlecht, ja. Ja, Mammut. Da ist schon wieder der Sammler. So. Macht die mal kaputt noch, bevor ich hier angreifen gehe. Team 1. Sammelt euch mal hier. Ja, das ist ein neuer Sammler. Toll. Super. So. Dafür geht der Mammutpanzer jetzt drauf. Jawohl. Und dann der... Die fucking Flak hier erstmal. So. Weg damit. Ja. Sehr gut. Und jetzt den... Die andere Flak. Der hat kein Geld mehr. Das merke ich. Nein. Sehr gut. Und dann da... Nein, 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 nein. Weg. Weg, 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 weg. So. Okay. So. Team 1. Geht jetzt mal hier unten angreifen. Ah, endlich, ey. Boah, das war aber echt anstrengend. Zum Glück sind hier genug Ressourcen. So. Macht mal das Maniken hier weg. So. Dann den Panzer hier weg. Der Schlachtkreuz hat schon sehr gute Vorarbeit geleistet. Muss man sagen. Alles klar. So. Dann. Ja. Ich hab nochmal ganz kurz mein Headset überprüft. Aber das ist okay. So. Alles klar. Dann gehst du erstmal an den Kragen zu Missionen. So. Weg damit. Mach das alles weg. Komm. So. Komm. Weg damit. Weg mit dem Scheiß. Das hat er jetzt verdient. Das wird jetzt erstmal wegmachen. Eisernen Vorhang. Weg damit. Weg mit der Energie. Puh. Hohohohoho. Was für eine knackige Mission, ey. Also echt. Wow. Sack. Puh. Puh. Okay. So. Gut. Dann. Ja. Das wird auch nochmal lustig, wenn wir die... Ah. Er hat alles fertig. Geil. Okay. Ich hab genug Artillerien dabei. Das heißt, die Infanterie ist Geschichte. Weg damit. Weg damit. Auf den Panzer einfach. So. Gut. Die Basis hier und ist weg. Sehr schön. Dann gehst du mal hier weiter. Äh. Ich brauch noch einen Heli. Noch einen Hubschrauber, ne? Ja. Ah. Die Energie ist auch geil. Krass weg. Okay. Oh je. Zwei Stück brauche ich sogar noch. Okay. Gut. Dann stell euch mal hier unten auf. Puh. So. Okay. Die beiden Helis. Neues Team 2, bitte. Nein, nicht Team 1. Team 2. Jawohl. So. Okay. Macht den Sammler plat. Kommt. Macht den scheiß Sammler plat. Jetzt kommt er nämlich mit allem, was er hat. Die können noch die letzte Flaktenklapp machen. So. Weg damit. Raketenwerfer. Weg. Weg damit. Ah. Ich hab keinen Luftaufwert. Bei. Das ist egal. Die Hubschrauber, die machen nicht so viel Schaden. So. Ich glaube, dann kann ich auch final jetzt hier mal drauf los. Und mach das Ding weg. Komm. Mach den scheiß Raketensilo weg. Bevor er was da rausschmeißt. Sehr schön. Okay. Oh na.